Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmau-Steinbaus. Ihr seht es schon an der Tüte, heute ist wieder Mockzeit. Und ich denke auf dem Kanal ist es auf jeden Fall schon rausgekommen, dass ich ein großer Fan von Speed Champions, Speed Champions Mocks bin und eben auch generell kleinen Fahrzeugen von den verschiedensten Herstellern. Und wenn man dann dort eins gefunden hat, was man richtig, richtig cool findet, möchte man das natürlich auch präsentieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, es gibt direkt Display Stands, wo man sie einfach nur ein bisschen erhöht hinstellen kann und es gibt direkt Garagen, auch zum Beispiel von Modbricks und Sembo gibt es dort Garagen-Versionen, wo dann eben sechs Speed Champions reinpassen. Aber da ihr denke ich auch wisst, dass ich auch ein großer Fan von Mocks bin, habe ich auch einfach mal herumgeschaut, was gibt es so, um Speed Champions schön zu präsentieren im Mock-Bereich. Und da ist mir besonders eine Sache aufgefallen und zwar eine direkte Speed Champions Garage, als Mock, die richtig schön gefließt und ausgestaltet ist, das sind die Teile dazu. Obwohl das ist nicht ganz richtig, ich habe noch zwei andere Mocks mitbestellt beim Teilelieferanten, habe aus Versehen vergessen, ihm zu schreiben, dass er es bitte getrennt einsortiert. Deshalb habe ich jetzt hier einen großen Beutel mit allen Teilen für diese drei Mocks. Ich werde nicht alle brauchen, nur dass ihr da schon mal die Info habt. Aber ich kann euch natürlich jetzt in dieser Ansicht viel über diese Garage erzählen. Es bringt alles nichts, wenn ich es euch nicht am PC zeige und dementsprechend sehen wir uns gleich in meinem PC wieder. Und damit hallo und herzlich willkommen in meinem PC. Und zwar hier auf Rebrickable mit der Mock Display Garage for Speed Champions von Lego Friday. 212 Teile werden hier verwendet und es hat die Mock Nummer 127308. Ihr seht es schon in der Beschreibung, das soll eine schöne Garage sein, um die Speed Champions, die wir haben, zu präsentieren. Es kann für Speed Champions bis zur 8. Noppenbreite genutzt werden. Und wie er es beschreibt, er konnte nichts ähnliches finden und hat es deshalb einfach mal für jeden gebaut. Das finde ich schon mal sehr löblich. Die Teile kosten auf Bricklink ungefähr 35 Euro momentan. Das ist auch ähnlich, wie er es schon hier in seiner Beschreibung reingeschrieben hat. Das Coole ist, die Anleitung ist komplett kostenfrei. Und die schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Und zwar haben wir hier die Anleitung, die ist komplett mit weißem Hintergrund. Was mir direkt aufgefallen ist, dass hier oben die Steile doch sehr klein dargestellt werden. Ich finde, das hätte er mal ein bisschen schöner machen können. Aber man muss immer bedenken, das ist eine kostenfreie Mock-Anleitung. Deshalb müssen die Ansprüche auch nicht riesig sein. Und insgesamt haben wir 21 Bauschritte, bis die Garage vollkommen fertig gebaut ist. Wenn wir die Teile nicht von Bricklink, also nicht Original-Lego kaufen, sondern wie die meisten auch alternative Hersteller mögen, dann kann man hier die Steine für 20 Euro auf Rebrick bestellen, wie ich das selber auch getan habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich nach dieser Anleitung bauen lässt. Fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Mock wieder. Und fertig ist auch schon die Display-Garage für die Speed Champions vom lieben Lego Friday. Und bevor ich jetzt zu dem Set im Speziellen komme, noch was Grundsätzliches dazu. Diese ganze Display-Garage ist natürlich für Fahrzeuge gedacht, die man einfach über alles liebt und eben für seinen Favorit. Massentauglich ist das nicht für alle Speed Champions, die man vielleicht in der Sammlung hat, weil einmal nimmt es natürlich nochmal ein bisschen mehr Platz weg. Und zweitens kostet diese Display-Garage, wenn man die Teile original von Lego nimmt, mehr als ein Speed Champion. Und wenn man sie von anderen Herstellern dazu kauft, ungefähr dasselbe wie das Speed Champion, also um die 20 Euro. Also das ist eben ein Display für besondere Speed Champions. Wenn es darum geht, Speed Champions anders zu präsentieren, gibt es natürlich auch Displays und vor allem Display Stands. Auch darüber werde ich noch ein Video machen. Ansonsten gefällt mir diese Schwarz-Weiß-Optik auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde den Werkstattwagen mit Werkbank sehr einfach, aber dafür auch sehr schön designt. Wir haben diese zwei Hängeschränke, hier nochmal einen kleinen Werkzeugschrank mit einem Hammer, einem Schraubenschlüssel und einem Brecheisen. Und hier ein Felgenregal zur Deko. Das finde ich an und für sich sehr gelungen. Aber trotzdem gibt es relativ viele Sachen, die mich an diesem Mock stören. Und auch wenn ich jetzt einige Negativpunkte zu diesem Mock aufzähle, trotzdem auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an Lego Friday, dass das Ganze hier kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Hier steckt trotzdem Arbeit drin. Und das ist überhaupt nichts gegen ihn. Aber mit den Fehlern, die hier drinstecken, muss man sich überlegen, ob man diese 20 Euro an Teilen dafür bezahlen möchte und ob es das einem wert ist. Der Punkt Nummer 1 fängt schon bei der Größe des Ganzen an. Das soll für bis zu 8 Noppenbreite Speed Champions gemacht sein. Ich nehme jetzt mal diesen Skoda von Kobi. Das ist ein wirklich relativ kleines Modell und der passt so ganz gut rein. Wenn man jetzt aber größere und wuchtigere Sätze hier reinstellt, dann sieht die Garage ein bisschen wie verloren aus. Und das Ganze ist dann doch auf sehr eigenen Raum. Wirkt dann so ein bisschen wie eine DDR-Garage, in die man in A6 parken will. Deshalb, ich hätte sie grundsätzlich ein Stückchen größer gemacht. Dann hätte man den Hängeschrank meiner Meinung nach noch den einen Platz nach rechts rücken sollen. Dann hätte es schöner ausgesehen. Wäre bautechnisch auch kein Problem. Also ihr könnt das im Bau locker realisieren. Hier hinten wäre sogar der Freiraum, damit ihr das verschieben könnt. Aber in der Anleitung ist es eben an dieser Stelle vorgesehen. Und apropos Anleitung, die Anleitung ist doch an einigen Stellen sehr missverständlich. Es sind insgesamt 25 Bauschritte und es werden hier teilweise sehr sehr viele Teile in einem Bauschritt verbaut. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Ich baue ja auch gerne Alternativen und ich mag auch anspruchsvolle Anleitungen. Aber anspruchsvoll heißt nicht, dass man sie so gestaltet, dass man es nicht versteht. Und das ist hier teilweise passiert. Denn hier werden teilweise vier Lagen übereinander gebaut. Und dann hat man an dem hinteren Teil eine 1x6er Plate verbaut und darüber eine 2x6er Plate. Und das sieht man nicht. Gerade auch noch aus dem Winkel, wo das Ganze dann gezeigt wird. Und dann baut man das Ganze und merkt oben, das geht von der Ebene gar nicht auf. Und dann kann man Fehler suchen, das Ganze nochmal zurückbauen. Und das dauert schon ein Stückchen, bis man dann wirklich darauf gekommen ist, wie es hier der Künstler gemeint hat. Ich denke auch, dass es für Lego Friday nicht so viel mehr Arbeit gewesen wäre, noch 2-3 Bauschritte mit reinzunehmen. Aber wie gesagt, das ist bei einer kostenfreien Anleitung meckern auf hohem Niveau. Deshalb, es kann zu ein paar Missverständnissen mit der Anleitung kommen. Aber der Hauptkritikpunkt an dem Mock ist meines Erachtens, dass hier kaum Zwischenverstrehungen eingebaut sind. Diese Wand hier schaukelt alleine rum. Dieser 2x4er Part hier schaukelt alleine rum. Und dieser 2x4er Part genauso. Wir können den auch einzeln abnehmen. Genauso wie diese Wand, die man einzeln abnehmen könnte. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht ist das Ganze ja modular geplant, dass man leichter anbauen kann. Und den Punkt sehe ich auch, das kann sein. Aber in der Hauptanleitung, die ja nun mal nur für diese eine Garage hier ausgelegt ist, sollten die Verstrebungen drin sein. Weil man sonst hier kaum eine gerade Linie bekommt. Das sieht immer ein bisschen schief aus, als hätte man es nicht richtig zusammengedrückt oder zusammengebaut. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen und wäre leicht zu verhindern gewesen, indem man alles so baut, wie es auch hier in der Anleitung ist. Aber diese 2x4er Fliesen hier so ersetzt hätte, dass diese Fliese um zwei länger ist und diese Fliese um zwei länger ist. Und man den Rest dann einfach noch mit kleinen Fliesen ausgefließt hätte. Das hätte mindestens genauso gut ausgesehen. Hätte aber die Garage viel, viel stabiler gemacht. Und das hätte die Garage meines Erachtens auch nötig gehabt. Trotz der Kritikpunkte, die es ja wirklich gibt bei diesem Mock, kann ich es euch auch empfehlen, wenn ihr das nicht groß rumtragen wollt, sondern einfach nur irgendwo hinstellt und eben als Stand benutzt. Und dafür ist ja eine Display Garage auch da. Wenn euch die Optik gefällt und euch das Ganze so viel wert ist, dass ihr dafür noch einen anderen Speed Champion anschaffen könntet, dann habt ihr damit auf jeden Fall eure Freude. Ich denke, jeder, der Speed Champions mag, hat dort so sein Lieblingsset und das kann man in diese Garage gut einarbeiten. Bedenkt aber wirklich gerade bei den 800 Breiten großen Speed Champions, dass dann vom Stellplatz schon eng werden kann. Zur Not kann man auch dann dieses Felgenregal hier weglassen im Bau. Dann sieht das Ganze auch schon wieder viel besser aus, wenn man jetzt einen 800 Breiten Speed Champion hat, der auch noch ein Stückchen länger ist. Für alle anderen dient das hier zu teuer als Display Garage. Oder für alle, die dann für das Geld hier ein perfektes Mock erwarten, ist es ehrlich gesagt dann einfach nichts. Und wie gesagt, das ist nichts Böses gegen den Mocker. Wir können super dankbar sein, dass wir so eine tolle Mock-Szene haben. Wenn ihr natürlich dieses Mock selber besitzt oder ein ähnliches Mock, schreibt mir gerne davon in die Kommentare. Dann schaue ich mir das gerne auch nochmal an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.